Wir haben immer Musik gehört zu Hause und auch immer, wenn wir im Auto waren, eigentlich überall. Rapmusik hat mich sehr geprägt früh. Also ich glaube, ich habe mit vier, fünf schon eigentlich Hip-Hop gehört, weil ich halt einen älteren Bruder hatte. Aber auch die Musik, die meine Mutter und mein Vater gehört haben, viel Blues, Soul, Jazz, Rock'n'Roll unter anderem auch, hat mich alles geprägt und alles, was meine Familie gehört haben, dachte ich wäre auch cool. Und dadurch habe ich halt einen gewissen Musikgeschmack bekommen. Zum Beispiel Bob Marley, ein Lied war Jammin'. Es gab früher diese Legend-CD, die Bob Marley rausgebracht hat, mit seinen größten Hits. Ich glaube, die kam sogar nach seinem Tod und ich weiß nicht, da war ich vier oder fünf Jahre alt und ich konnte noch nicht mehr Englisch reden. Und konnte aber die ganze CD mitsingen und Wort für Wort. Das war meine Tagesbeschäftigung. Ich war zu Hause und habe Musik gehört und dazu gesungen halt. Und früher als Familie sind wir auch ab und zu, wir haben Urlaub in der Karibie gemacht. Und ich glaube, dadurch habe ich dann halt auch noch so eine größere Liebe für die Musik bekommen, da ich dann halt Bob Marley mit diesem Urlaub verbunden habe. Und ich würde sagen, das war so der Anfang, wo ich so krass enthusiastisch war, Musik gegenüber. Der ist auch in der Liste. Durax heißt der. Von dem Album The Lost Tapes. Das Lied hat mir mein Bruder gezeigt. Wir waren, glaube ich, irgendwo auf der Autobahn in Deutschland. Und das war das erste Lied des Albums, das Lied kam ran und ich dachte so, krass, was für ein Lied. Und damit habe ich dann angefangen, Nas anzuhören. Und dann, genau. Und von da an war ich halt großer Nas-Fan. Ja, ich habe Nas einige Male gesehen. Das erste Mal in Berlin. Das war mein erstes Konzert. Da war ich mit meinem Bruder und einem Kumpel von ihm. Und ja, das Konzert auch. Nach dem Konzert war ich noch ein größerer Nas-Fan. Ja, das war auf jeden Fall eine gute Veranstaltung. Ein krasses Ereignis, finde ich. Ja, das ist dann zum Beispiel Musik, die bei uns im Auto lief, die meine Mutter halt gespielt hat. Wunder Vista Social Club, das ganze Album. Das haben wir halt auch vom ersten bis zum letzten Lied gehört. Und keine Ahnung, ich habe das Lied einfach gewählt, weil es ist, glaube ich, ein instrumentalisches Lied. Es wird nicht gesungen in diesem Lied. Und vielleicht so lateinamerikanische Einflüsse. Keine Ahnung, einfach. Ich habe, glaube ich, ein Ohr bekommen für verschiedene Arten von Musik. Jetzt nicht nur Hip-Hop oder schwarze Musik oder deutsche Musik, sondern auch andere Einflüsse. Und vielleicht hat es so mein, 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 wie sagt man das? So ein weltoffenes Ohr gegeben. Weiß ich nicht, möglicherweise. Und abgesehen davon, ich finde das Lied wahnsinnig krass. Mir gefällt das Lied sehr. Also, nichts Spezifisches. Ich spiele einfach meine Musik, mache zufällige Titel und schaue dann, was mir so gerade in dem Moment gefällt. Aber ich habe jetzt kein besonderes Lied, das ich höre. Nein, nein, das habe ich nicht, nein. J. Cole finde ich am allercoolsten von den neuen Musikern, Rappern, sag ich mal. Aber Mac Miller fand ich auch, also der hat auch, meine Musik hat eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Das erste Lied, das ich von ihm gehört habe, war dann, hat mich gleich zum Fan gemacht. Und ja, ich glaube, Mac Miller ist auch 92, 91 Jahrgang, ähnlich wie ich. Und ich glaube, seine Musik, die Sachen, von denen er gerappt hat und auch, wenn er seine Musik verbreitet hat, haben mich als jungen 18-Jährigen irgendwie so angesprochen. Und ich fand seine Musik wahnsinnig cool. Und hab die dann auch verfolgt bis zu seinem letzten Album. Swimming. Swimming, ja. Wo er ein paar Wochen danach gestorben ist. Also, schon krass. Deutschrap höre ich nicht so viel. Ich höre ein. Es ist ein Berliner. Es ist ein Schiemer, heißt der. Schiemer Idee. Der kommt aus Berlin und früher in der Basketballszene hat man sich mal kennengelernt. Und, keine Ahnung, wir waren wieder 12, 14, 16. Und er hat eine Musikkarriere angefangen und ist auch wahnsinnig erfolgreich damit. Und meiner Meinung nach einer der cooleren deutschen Interpreten in der Hip-Hop-Szene. Für den Soundtrack of my life und weitere Musik von Bayern Basketball abonniert unseren Spotify-Accounts.